Trainingsblog, ich bin ja gerade in Karlsruhe und natürlich trainiere ich auch hier. Deswegen habe ich mich fertig gemacht und bin losgezogen. Noch schnell meine Karte abgegeben am Empfang und mich gedehnt. Dann bin ich losgelaufen. Heute standen 18 Kilometer auf dem Trainingsplan. Das ist auch insgesamt die längste Distanz, die ich vor meinem Halbmarathon laufe. Und ich muss sagen, ich war echt super in Form. An diesem Tag habe ich es super abgeliefert und eine super Zeit. 18 Kilometer war schon ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Mal gucken, wie dann der Halbmarathon wird. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Insgesamt habe ich dann eine Stunde und 37 Minuten für 18 Kilometer gebraucht. Das war ein super Pace. Und ja, das war der letzte große Lauf von meinem Halbmarathon. Also bleib dabei und folge mir, wenn du Bock hast. Und ja, das war der letzte Lauf von meinem Halbmarathon.